Es braucht einen Wandel. Wir schlagen vor, dass nicht nur Konsumenten in Führungsetagen vertreten sein sollen, sondern auch Arbeitnehmer. Ja, Petra Gösse, Präsidentin der FDP, ist ja schon noch interessant. Da sagt die konservative britische Premierministerin, dass es braucht und Sie sind dagegen. Nein, eben nicht. Wir sind nicht dagegen. Oh, ich bin dagegen. Nein, wir sind doch nicht dagegen. Herr Gösse, Herr Gösse. Sind Sie jetzt der Pressensprecher von der Frau Gösse? Petra Gösse, bitte. Haben Sie mir Verständnis, Sie sind falsch? Petra Gösse, bitte zuerst. Wir sind doch nicht dagegen, dass das stattfindet, aber es soll auf Satellenpartnerschaften zwischen diesen Beteiligungen... Professor Franz Jäger... Das sind wir uns eigentlich. Professor Jäger, Petra Gösse.